Ja, Leute, hier ist wieder JustReady am Start und zwar mit einem kleinen Reaction. Mit einer kleinen Reaction. Was? Ja, ja. Und zwar, liebe Freunde, geht es heute um einen guten, bald erscheinenden neuen Server. Und deswegen dachte ich mir so, musst du mal hier diese Reaction aufnehmen. Ja, und zwar ist es so, es geht um Legacy Online. Wir waren schon auf Legacy, aber um neue Reaction. Was geht da ab? Ja, es ist tatsächlich eine neue Reaction über einen neuen Server, der Legacy heißt. Aber es ist Legacy 2.0 quasi, also Legacy Reloaded oder ich weiß nicht, haben die sogar einen neuen Namen? Weiß ich gar nicht genau. Aber ja, wir wollen uns das hier einfach mal angucken. Legacy Rising, Rise of the Heroes, Cap 100er, Non-Bot, Long-Term-Server. Und wir haben einen kleinen Trailer gebastelt und den wollen wir uns angucken und dazu einfach mal kurz reagieren. Das ist ein kurz, kleines, knappes Video. Aber ich dachte mir, zu starten Servers auf jeden Fall doch eine Sache, die wir machen. Also, lasst uns einfach mal reingehen in das Ganze. Okay, wir gucken uns das an. Ich werde immer mal wieder Pause machen und wir fühlen es halt einfach mal, oder? Ich würde sagen, wir legen los. So sieht es schon mal schön aus. Sehr gut, sehr gut. Ja, man, man, jetzt ganz kurz, also das erste Mal für mich, dass ich das sowieso auch selber sehe. Und, ähm, ja, man sieht hier schon auf jeden Fall, es ist nicht, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Es ist nicht normal aufgenommen. Also, es ist, ähm, werden wir gleich wahrscheinlich noch mehr sehen. Es ist nicht ganz normal in-game aufgenommen. Weil so sieht Silk Road nicht aus, ne? Da ist irgendein Filter drüber oder was auch immer, oder ich weiß nicht, wie man das macht. Aber so, war das geil, das ist geil, das ist geil. Genau so eine Art, so, so Trailer will ich haben, so Trailer will ich haben. Smooth, ganz entspannt, mit so ein bisschen guter Musik im Hintergrund, die einfach gut zum Video passt. Und die mir einfach dieses Gefühl von, ich bin auf dieser, auf dieser Deidenstraße gerade. Ich bin einfach, ich bin live dabei. Jetzt kriegst du halt Bock drauf. Boah, da, guck mal, guck mal. Was war das denn? Der lag da und der ist so, wow, hier so, so agromäßig geworden. Hat gemerkt, so, oh, da ist jemand in der Nähe. Okay. Ja, auch die Angriffe. Naja, guck, das ist halt, das ist irgendwie editiert, also das ist ja nicht normal. Also so Skins gibt es gar nicht. Also, mit so einem Film sieht es geil aus. Sieht sehr nice aus gerade. Guckt euch das an. Boah, das ist ein, das ist ein Shot. Das ist schon, das ist schon ein geiles Bild, Leute. Ach, wie das, das sieht geil aus. Also ich weiß nicht, wie man das macht, ich weiß, aber es lohnt sich, so ein Trailer erstellen zu lassen. Lohnt sich. Ah, mit Blumen sogar. Das ist einfach noch mal. Uh, Dark Side. Also die zeigen uns auf jeden Fall schon mal Fighting ganz normal, ne? Also Level-Up-mäßig so. Jetzt zeigen sie uns Job-mäßig ein bisschen was. Also als Job-Suit schon mal und so. Ja, ja, so ein Skill, ey, ich will das genau so, will ich es mal haben, als einer 3. Also den Skill gibt es ja an sich, aber das ist schon. So, das ist beides getöntet in der Hand. Okay, also das ist schon mal eine 3. Entweder haben die wirklich neue Skills, wäre krass. Wobei ich da immer vorsichtig bin, weil geil aussieht, also es sieht geil aus und so. Wenn sie wirklich neue Skills reinmachen, finde ich immer gefährlich. Immer ein bisschen gefährlich. Ne, muss man aufpassen. Okay, also, ich wollte gerade sagen, okay, das ist nicht schon mal nicht der Aufpassung. Denen sie sich gegenüber am Highlighter-Modus. Tja. Oh, ausgerechnet. Boah, das sieht geil aus. Das sieht, das ist, das sieht richtig geil aus. So leicht verschwommen. Hinten sieht man einfach laut Jacker, man sieht das Herz leuchten. So sieht sehr geil aus. So sieht sehr, sehr geil aus. Es geht um dieses Spiel-Nyuker quasi. Von Beginn an war es der Spiel-Nyuker so. Jetzt mittlerweile ist der Highlighter-Modus. Ja, sieht geil aus. Boah, guckt euch das an. Das sah geil aus. Boah. Oh, guckt euch dieses Bild an, Leute. Guckt euch dieses Bild an. Das sieht doch schon ultra geil aus. Ja, ja, ja. Komm, Sprint hin und One-Hit-Hit hier auch. One-Hit-Hit-Hit. Oh, jetzt stehen sie sich wieder gegenüber. Yes. Boah, das sieht auch so geil aus. Boah, Silbert kann so geil aussehen. Ist einfach so. Silbert kann so geil aussehen. Boah, männlich. Boah, mit dem Berserker-Geräusch. Mit dem Berserker-Geräusch. Sehr geil. Äh, ja, Freunde. Ja, Freunde. Boah. Boah. Was soll ich sagen? Also, äh, ja, war, 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 war geil. War geil. Also, ich hab's, ich hab's Gefühl. Vom Trailer her auf jeden Fall, äh, sehr geil gemacht. Und, ey, ganz ehrlich, wenn die es geschafft haben, den Server auch so hinzukriegen, dass er auch so Bock macht, dann, äh, ja, nice. Also, ey, Leute, äh, in der Videobeschreibung Link und alles und so, äh, gönnt euch, äh, Open, Open Beta läuft links schon und bald geht's richtig los. Und, ey, Leute, bis dann. Ciao.